Folge Nummer 129 von deinem Feel Your Body Podcast. Herzlich Willkommen, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Andrea Schodruch und in diesem Podcast bekommst du immer tolle Tipps zu den Themen Fitness, Entspannung, Yoga und manchmal auch Ernährung. Und ich sende dir diese Folge heute von der wunderschönen Insel Mallorca. Ja, vielleicht hast du in die letzte Folge reingehört, beziehungsweise ich bin mir ganz, ganz sicher, dass du in diese Folge reingehört hast und konntest da etwas für dich mitnehmen. Da ging es ja um das Thema Ernährung, No Carb, Low Carb, High Carb, was ist da so das Beste? Und in der Folge heute möchte ich so ein bisschen mehr in den Bereich Yoga wieder eintauchen, Yoga, Entspannung, Gefühle. Weil ursprünglich war es ja ganz am Anfang so, dass ich meine Folgen immer so gemacht habe, dass es montags hieß der vierte Start in die Woche und freitags gab es dann immer entspannt ins Wochenende. Und das hat sich so über die Monate ja so ein bisschen mal verändert, aber ich habe mir heute gedacht, so Montag ging es wieder eher so um das Thema Fitness, Ernährung. Und heute möchte ich dir einfach ein Thema mit auf den Weg geben, wo du mal so ein bisschen ins Nachdenken kommst und so ein bisschen mehr wieder auf die Mindset, auf die Gedankengefühlsebene kommst. Denn das Thema heute heißt, dein Herz zeigt dir den Weg. Wie komme ich überhaupt auf dieses Thema? Ich war fünf Tage lang in Berlin auf einer Ausbildung, das Ganze nennt sich Neuroresonanz Practitioner. Ist so eine Mischung aus NLP, vielleicht sagt dir das etwas, und Resonanz. Da geht es also viel um das Thema Gefühle. Und ja, die Ausbildung, das war jetzt der erste Teil der Ausbildung, war sehr, sehr intensiv, sehr emotional. Und was dabei einfach rauskam, dass ganz, ganz viele Menschen heutzutage verlernt haben, auf ihr Herz zu hören und ins Fühlen zu kommen. Und es immer nur noch um die Themen geht, wie weiterkommen, weitermachen, ständig etwas tun müssen, ständig unter Druck arbeiten zu müssen und ganz selten einfach mal innehalten, den Moment genießen. Und da möchte ich dir heute einfach einen kleinen Impuls mitgeben, wie wichtig es ist und wie gut es tut, dass man einfach auch mal Dinge loslässt und Dinge einfach mal geschehen lässt und nicht immer sich unter Druck setzt, um das Gefühl zu haben, Nur dann, wenn ich etwas tue, bin ich gut genug. Denn jeder von uns ist so gut, wie er ist. Jeder ist genug, jeder ist gut so, wie er oder wie sie ist. Und das vergessen wir ganz, ganz oft. Denn ganz oft ist es ja so, dass wir gerade auch als Kinder oder wenn wir erwachsen werden, dass wir dann von außen manchmal gesagt bekommen, du bist zu klein, du kannst das nicht, du bist zu dünn, du schaffst es nicht, du bist zu dick, du bist zu blöd, du bist zu weiß ich nicht was. Und wenn diese Dinge uns in der Kindheit oder im Jugendalter immer und immer wieder gesagt werden, dann verankert sich das irgendwo in unserem Unterbewusstsein. Und später, wenn wir dann erwachsen werden, dann kommen diese Glaubenssätze, sagt man dazu, immer mal wieder hoch. Und dann reden wir uns das Ganze selber ein. Wenn wir beispielsweise das Ziel haben, mal bei einem sportlichen Wettkampf mitzumachen, 5 oder 10 Kilometer Lauf, dann reden wir uns vielleicht selber ein, ach nee, das brauche ich gar nicht, weil das kann ich eh nicht. In der Schule habe ich es auch nicht gekonnt. Und das kommt dann vielleicht einfach nur dadurch, weil uns damals Klassenkameraden oder vielleicht unser Lehrer, unsere Lehrerin gesagt haben, ja, du bist viel zu dick dafür, du kannst das nicht oder du bist zu klein, du hast zu kurze Beine oder was auch immer. Und es wurde von denen natürlich nicht böswillig gesagt, die haben das einfach so geäußert. Aber damals war das denen dann natürlich auch nicht bewusst, dass das so große Auswirkungen auf uns haben kann. Und ich möchte dir einfach in dieser Folge ein bisschen den Ansporn geben oder die Motivation geben, nicht so viel auf andere zu hören, sondern deinem Herzen zu folgen. Wenn du in dir innerlich den Wunsch verspürst, irgendetwas machen zu wollen, irgendetwas tun zu wollen, du hast einen großen Traum, du möchtest, ja, wirklich mal bei einem Fitnesswettkampf irgendwie mitmachen oder du möchtest irgendwo hinreisen oder du hast ein bestimmtes Hobby, was du gerne mal machen möchtest, was auch immer, da gibt es hier so viele Dinge, dann hör nicht immer auf die inneren Stimmen, die dann in dir hochkommen, die Männchen, die auf deiner Schulter sitzen und dir dann sagen, du kannst das nicht, du bist zu klein, du bist zu doof, du bist zu dick, du bist zu dünn, du bist nicht gut genug, sondern wenn du einen Wunsch hast, dann halte dir das immer vor Augen und geh mit dieser Einstellung ran, dass du das auf jeden Fall schaffen wirst, dass du dir bildlich einfach schon mal vorstellst, wie toll wird es sein, was für ein tolles Gefühl wird es sein, wenn du diesen Traum lebst, dir diesen Wunsch erfüllt hast, was für gute Gefühle kommen dann hoch, lass dich von diesen bösen Gefühlen, die dann da auftauchen, nicht täuschen, sondern hör so ein bisschen in dich hinein, hör auf den Herz und wenn da von innen ein gutes Gefühl in dir hochkommt und du sagst, wow, das fühlt sich so gut an, wenn ich mir vorstelle, ich habe diese Sache schon getan, ich habe dieses Ziel erreicht, dann mach das und lass dich von niemand anderem daran hindern und ganz oft trauen wir uns so Dinge dann selber nicht zu, weil wir, wie gesagt, diese negativen Glaubenssätze haben und da gilt es für dich selber, dein Vertrauen innerlich zu stärken, für dich innerlich reinzuhorchen, was möchte ich machen und dir dann immer wieder zu sagen, ich kann das, ich bin stark genug, ich bin es mir wert, ich kann es mir leisten, also jetzt nicht leisten in dem Sinne von Geld, sondern ich darf es mir erlauben, mich zu freuen über meine Dinge, die ich machen werde. Ich hatte zum Beispiel am Dienstag ein tolles Gespräch mit einer Freundin, da ging es auch einfach um das Thema, ich darf mich darüber freuen oder ich bin es wert. Diese Freundin hat in den letzten Jahren ganz, ganz viel gearbeitet und hat sich wirklich den Arsch, sorry für den Ausdruck, für ihren Chef aufgerissen und es wurde aber nie honoriert. Sie hat immer nur, immer nur Druck bekommen von oben und naja, letztendlich Konsequenz ist, dass sie jetzt den Job gekündigt hat, weil sie auf einmal, wie aus dem Nichts ist dieser Job aufgetaucht, einen super tollen Job gefunden hat, wo sie wirklich sagt, aus vollem Herzen, wow, das ist toll, das will ich machen. Sie verdient dort, glaube ich, fast das Doppelte wie in ihrem anderen Job und das kam einfach so zugeflogen und sie darf es sich jetzt erlauben, sich darüber zu freuen. Sie hat es verdient, denn sie ist eine tolle Frau, sie hat ganz, ganz viel Energie die letzten Jahre in ihren alten Job gesteckt und es wurde aber nie honoriert und jetzt ist der Punkt gekommen, wo sie sagt, ich habe es verdient. Ich habe so viel gearbeitet und jetzt werde ich belohnt dafür und ich habe es verdient. Und das darfst du dir auch immer wieder innerlich sagen, du hast es verdient, gut zu sein, du hast es verdient, geliebt zu werden, du hast es verdient, ein toller Mensch zu sein, du hast es verdient, einfach mal Komplimente anzunehmen. Einfach mal wieder ins Fühlen kommen, auf dein Herz hören und nicht immer nur das Gefühl haben zu müssen, du musst für irgendetwas kämpfen, um irgendwas zu erreichen. Mach dir dein Ergebnis klar, halte dir dieses Ergebnis immer wieder vor Augen und dann wirst du mit viel, viel mehr Leichtigkeit durchs Leben gehen, als wenn du immer dieses Gefühl hast von, ich muss jetzt, ich muss jetzt, ich muss jetzt. Das war jetzt sehr philosophisch heute, aber das kam heute einfach so aus mir heraus. Ich habe gedacht, das ist ein tolles Thema und ich glaube, da draußen gibt es viele, viele Menschen, für die das interessant sein könnte und ich hoffe, dass ich dir damit jetzt einen schönen Impuls geben konnte, einfach mal wieder mehr ins Fühlen zu kommen, mal wieder mehr auf dein Herz zu hören und was dabei ganz toll ist, ist immer, wenn man wieder mehr so ins Fühlen kommen möchte, Meditation, einfach mal sich auf den Moment zu konzentrieren, auf seinen Atem, auf die Gedanken, auf die Gefühle und ich verlinke dir in den Shownotes nochmal zwei Podcast-Folgen, wo ich eine kleine Meditation angeleitet habe. Es waren wirklich nur, ich glaube, fünf bis maximal zehn Minuten, wo du einfach mal reinhören kannst und dir mal davon ein Bild machen kannst, wie sich das Ganze denn anfühlt, was das Ganze ist und dabei wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß und viele gute, schöne Gefühle und ich wünsche dir jetzt ein wunderschönes Wochenende und ja, schicke dir fitte Grüße von Mallorca und ich weiß jetzt nicht, ob du im Hintergrund, ich höre das nämlich hier gerade draußen, ist bei mir hier so ein Rasenmäher, ich weiß nicht, ob du den im Hintergrund hörst, falls ja, sorry dafür, kann ich jetzt nichts für, das ist halt einfach so, genau, wie gesagt, sorry dafür und ich wünsche dir jetzt ein tolles Wochenende, genieß es und schicke dir fitte Grüße von Mallorca, bis dann, deine Andrea.